Ich versteh's nicht, Sir. Ich hab mehr Fälle gelöst als jeder andere Agent. FBI! Eine arrogante Bundesagentin. Sie sind gut, aber nicht teamfähig. Keiner ihrer Kollegen mag sie. Warten Sie, ich zähl bis drei. Eins, zwei. Unglaublich. Eine knallharte Polizistin aus Boston. Hey, wen haben wir denn da? Ich krieg dich, du kleiner Pisser! Lauf, die ist irre! Vom Regisseur von Brautalarm. Ich glaube, diese Person ist schwer verhaltensgestört. Nein, nein, arbeiten Sie einfach mit ihr. Sie ist ein Spitzenkopf. Verfickte Scheiße! Das FBI ist dafür zuständig. Nein, hier sind sie nicht. Hören Sie auf. Hier auch nicht. Hören Sie auf, Mallens. Was macht sie da? Sie sucht meine Eier. Hat einer die Eier vom Käpt'n gesehen? Schwer zu finden, etwa so groß. So ganz winzig kleine, klitzekleine Mädchen-Eier. Also wenn kleine Mädchen-Eier hätten. Ihr bislang härtester Job ist es... Kommen Sie nie so angeschissen, wenn ich Sie nicht erwarte! ...zusammenzuarbeiten. Ich kann mich aus in Vernehmungstechnik... ...oder wir hauen ihm Telefonbuch in die Fresse. Wir müssen behutsam vorgehen. Wer, 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 wer macht denn sowas? Hank Le Soir mischt im Drogenhandel mit. Da ist er! Sie passen hier nicht rein. Ich bin Bundesagentin! Ja, nur Sie ziehen sich an, als wollten Sie denen die Steuern machen. Was ist das denn? King Aweck, das sind Spanx. Die halten alles zusammen. Wie, Scheiße, was sollen da überhaupt rausquellen? Nein, 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 nein. Nein, na klar. Du hast gesagt, das Ding tickt. Ja, aber nicht mehr lange. Überraschung! Ich kann Ihnen echt nicht mehr helfen! Scheiße, zieht mich raus! Oh nein! Oh, mein Auto. Das Metallauto hat den Sturz gedämpft, oder? Ja. Steckt er weg. Sandra Bullock. So machen wir es auf der Straße. Fetter Scheiß. Hey, kein Kanak. Ist wie eine Nonne rummachen zu sehen. Da wird mir komisch. Melissa McCarthy. Hier habe ich einen schönen Großen für dich, Schätzchen. Wer war denn das? Meine Mom. Keine Handys. Was haben Sie gesagt? Oh, geht doch. Mach dich locker. Taffelmädels. Mada ist abgefahren. Demnächst nur im Kino.